Ja, aber du müsstest aber, wenn du einen Bahnhof bauern und großen, müsstest du dich auch auf die Höhe 25 unterbauen. Ja, das stimmt. Das müsstest du dann auch mal probieren. Ich glaube, das könnte aber funktionieren. Also ich weiß es nicht, wir müssen mal gucken. Man könnte ja auch einfach die Schienen dann runter verlegen von oben. Ja. Aber, obwohl die Sache ist ja auch... Das Wasser ist aber unter dem Wasser das Problem halt, weil das Wasser so schön tief ist. Ja, genau. Das Problem ist auch, man braucht natürlich ziemlich viele Schienen dann. Wenn man nach oben runter geht, ich finde einmal gewisse Tiefer reichen, das muss man nur noch flach verlegen. Ja, genau. Das ist halt der Vorteil. Und das sollten wir wahrscheinlich dann auch so machen am besten. Dann werde ich doch mal weiter verfahren mit meiner kleinen Hafenbauer. Und gucken wir mal, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Komm ich auch mal bald vorbei und schaue es mir an. Ja, also noch sieht es eher unspektakulär aus und ich muss es auch erstmal schaffen, diese ganzen Gerätschaften hier richtig rum ranzubringen. Ja, okay, wir haben schon 20 Minuten. Ach, verdammt. Verdammt. Verdammt, das ist eine Menge auch. Aber wir sind schon mal 20 Minuten schon wieder auch, mein Gott. Ja, 21. Ähm, ploing. Das kann ja noch eine ganze Weile dauern, bis das hier fertig wird. Ja, komm mal vorbei, ich hab ja gar nichts zu tun. Doch, eigentlich schon, aber ein bisschen langweilig. Gerade nichts zu tun und ist langweilig. Okay, das ist eine schöne Mischung. Ich hab doch was zu tun, aber ich will das gar nicht machen, weil es... ...arbeit macht. So, warte mal. Wenn wir hier das dann so ranmachen würden, dann wäre es okay. Könnte man so... Kann man das... Naja, so, dann hab ich das mal gesehen, ob der hier auch drauf ist. Ähm... Nee, den hab ich noch nicht gesehen. Der wollte ja eigentlich, ne. Der ist ja jetzt eigentlich neu so mit reingekommen und meinte, er wollte jetzt auch mal. Oder er hätte jetzt soweit wieder auch Zeit. Aber irgendwie... Also ich hab ihn jetzt noch nicht gesehen. Bislang. Hoppala. Ge-whitelist, also ich sieh da... Ja, gewitelistet ist er. Das ist er auf jeden Fall. Das hat ja... ...einer von euch beiden schon wer... ...bewerkstelligt gehabt. Also insofern sehr schön. Ähm... Irgendwie kann ich nicht. Ich sehe nur gerade Simon, ich, dann Nick Fighter, Soho, Game Boy. Das ist nicht gewitelistet. Die Matrix, ich. Destroyer und Pine App. Wir sehen. Loco. Okay. Das ist dann merkwürdig. Weil eigentlich hat er da ihn doch aufgepackt, meine ich. Ja, ich kann mich noch fragen, was Simon wird verbetrifft. Simon, was machst du? Verdammt. Nein, verdammt. Ich... Wurde bei ihr. Hm? Wurde bei, das heißt, ich besuchte ich mal. Okay. Oh, Mann. Ah, so geht's. Haha. Sehr schön. Ist ein bisschen... ...kompliziert hier gerade. Ja. Also im Wasser Sachen bauen ist echt mega anstrengend, stelle ich fest. Okay. Weil man dabei so auf und ab treibt und ich... Oh, das ist ja mega ätzend. So. Gleich kommt wahrscheinlich auch noch so ein Skelett oder sowas hier angestromert. Und nervt mich auch nochmal. Ja, okay. Bislang sehr schön. Bislang sieht es ganz passabel aus. Oh, das ist ja ganz passabel aus hier. Oh, yeah. Also wenn das wirklich irgendwann mal auch gut wird, dann hast du einen schönen Bahnhof, ich habe einen schönen Hafen und dann können wir uns zusammentun. Ja, und handeln. Genau. Ja, dann schöne Güterstrecke immer, von einem zum anderen. Aua. Das Boot ist versunken. Oh. Oh, oh. Ob ich sie wieder bis zur Erdoberfläche schaffe? Ja, schaffe ich. So. Ja, mein Haus sieht man ganz okay. Was sieht man? Haus sieht man nicht ganz gut oder nicht schon hoch. Erdweiter. Mein Haus, finde ich. Meins? Meins, also noch mal höher. Deins, ja, ja, deins ist sehr schön von der Höhe. Das sieht man auch echt gut. Mein Haus steht ja direkt am Wasser. Das sieht man auch sehr schön. Oh, der Hafen, oh. Wer hat dann die Wand gebaut? Ja, ja, die habe ich auch jetzt kürzlich mal gebaut. Da habe ich die letzten Tage mal ein bisschen... Sieht schön aus. Echt, sieht gut aus? Ja, ich finde es gut. Das ist schön, weil... Ich wusste nicht, ob es zu kastenmäßig aussieht. Echt gut. Aha. Es geht so... Diese Lücke, da hat sich auch echt angeboten, da irgendwie was reinzubasteln. Das war echt prädestiniert dafür. So, Zong und Zong und Zong. So, wunderbar. Haha. Ich hoffe, ob ich irgendwie den Weg hoch finde. Einen Weg hoch? Ich hoffe, ob ich irgendwie den Weg hier finde und nach oben zum Haus. Achso, ja, da einfach irgendwie da hochhüpfen. Passt aber auf, da unten steht ein Creeper. Okay, Creeper, ich komme. Hehe. Zipf. Oh, ich sehe, ich habe da oben noch nicht vollständig Steine reingehauen. Da fehlt noch eine Ecke. Hm. Eine Säule ist noch unvollständig. Jeder. Wo ist der ein? Äh, der eine ist auf der anderen Seite. Ach gut, ich bin einfach aus dem Augen. Ja, muss noch nicht. Ach, okay. Da sind die Türchen dann. Da kannst du reingucken. Juhu. Okay, okay. Oh, mit Obergeschoss auch schon, oh. Hm. Aber sogar zwei Obergeschosse. Die Kisten. Die Kisten sind das teilweise gekürt, teilweise leer, okay. Ja, also da habe ich noch nicht so viel drin. Da ist, da soll ja im Prinzip so Tavernen mäßig die Essensproduktionsstätte natürlich reinkommen. Ach, der Creeper hat mich gesehen. Was will der denn jetzt hier? Den für den Sinn und ein paar Leib-Eigene. Ja, genau. Ein paar Leib-Eigene wollte ich nur auch noch. Oh. Oh. Oh, der Creeper hat den Tinn-Fisch getötet. Gemeinde Creeper. Oh. So was hinterhältiges, das gibt es ja wohl nicht. Hm. 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 Diebun-Kundschafter, ja, die bräuchte man noch. Die wären wichtig. Ja. Und oben, ja. Stimmt, so ein Dieb. Dann bräuchte ich so ein bisschen TNT noch. Und dann könnte man damit dann wunderschön die ganze Geschichte machen. Abrücken. So. Habe ich denn noch Kobbel über, ansonsten. So. Glas. Oh ja, ich habe noch Kobbel. Wand, 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 Wand. Hm. Ja, nach oben. Ist auf jeden Fall sehr gemütlich hier an diesem kleinen Strand. Ach, n. Skelett läuft ja auch schon hier. Oh, ja, hab's gemütlich. Ja, hat's dich erwischt? Ja, ich schlieb. Und. Antwort war, hab ich immer noch, die Pfeiltreffen in Wachen nicht zu gut. Was heißt das? Die Pfeiltreffen waren nicht zu gut. Ach so, ja, das stimmt. Das ist zu gut, ganz schön. Oh. Ähm, ich pflanze mal wieder nach. Hopp. Okay, hast schon. Gut. Jo, subi. Der Zombie hier machte er sein Unwesen hier auf diesem Geländ. Ach, da drüben ist das Skelett. Na, warte. Aua. Oh, gliedert auf meine Hunde. Zerstört ihn, tötet ihn. Alter. Im Boot, im Boot. Der Hund sitzt im Boot. Ja, super. Ja, cool. Die sitzen beide im Boot. Ja, ähm, das macht ihr Süßhundis, kommt mal wieder her, hier. Äh, einer. Die wollen nicht noch raus. Nee. Oh, ne Karte, okay. Ja, genau, kannst du die auch mal anschauen, wenn du willst. Sieht man leider nicht alles. Aber zumindest ein bisschen was. Ja, für die Schnee. Ja, die Hohenberge. Vielleicht sollte man sich auch schon mal einen Golem basteln. Wäre auch schon mal eine Idee. Nein, verkackt. Ey. Du hast meinen Wolf getötet. Für einen. Was? Jetzt veraffährt er mit denen im Boot hoch. Wieso ist mein Wolf jetzt tot? Kacke. Oh nein. Jetzt muss ich einen neuen Wolf klonen. Warum? Warum tötest du meine Hunde? Das finde ich auch nicht nett. Okay. Oh mein armer kleiner Hund. Hast du mit ihm rumfangen willst? Ja, nee, jetzt nicht gerade. Ich bin ja noch am... Boxen wir noch rauskoppeln. Ähm, so. Äh, fast geschafft. Es muss nur noch ein Ding ja wieder losklöppeln und dann haben wir's. Ja, na bitte. Ja, geschafft. Oh, endlich. Endlich geschafft. Wir sind ein bisschen cheat. Was wird cheaten? Tief, ja. Ach so, ich bin schon tief unter die Erde gegangen. Einen Hafen. Du bist unter die Erde gegangen. Hm, das ist auch nicht schön. So, Hündchen. Jetzt komm mal aus dem Boot raus da, bitte. Das wäre sehr famos. Hündchen? Kann Hündchen überhaupt aus dem Boot raus? Ja, anscheinend. Ja, wirklich. Hundi, kommt her. Ja, schon wieder. Okay, ich fahr mal in die Lama rein. Wie steh für den Hund dann? Wieso brennt es hier? Was brennt hier? Oh, hier brennt es. Wie ist hier sogar von deinem Haus, sehe ich mein Haus? In meinem Haus brennt es. Was? Und ich will da nicht reingehen. Tag. Ja, Tag ist gut. Sag, aber was ist denn hier los? Hier, Invasion der sonst was hier. Gibt es ja wohl nicht. Ja, der Feuer... Feuer. Ja. Ach man. Vor allem, wieso Feuerpfeile? Was? Feuerpfeile? Achso, da kann man aber durchlaufen. Okay, dann stören die mich jetzt nicht so sehr. Meine Güte. Okay, ich sehe jetzt von deinem Haus ungefähr ein Stück weiter weg, sehe ich mein eigenes Haus. Echt? Ja. Ja, müsste man vielleicht sehen. Von oben, vom Berg kann man das bestimmt auf jeden Fall dann ganz schön sehen. Bestimmt auf jeden Fall. Jetzt hat Zorro mich völlig verwirrt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte hier drin. In meinem Haus. Ah, so ein Ärger. Ach, ja. So kann ich auch rechtes, haak. Ja. Nee, sie hat hier mit Feuerpfeilen rumgeballert. Boom. Das fand ich nicht sehr nett. Ähm. Ähm. Was wollte ich denn machen? Ach so, ich wollte auch gucken, ob ich irgendwo noch Stone gebrannt habe. Ich habe nicht mehr wirklich viel Stone gebrannt, okay. Das wird dann also schwierig. Ja, hier habe ich ein bisschen mehr. Okay, Eisenkönig. Ja, okay. Enderfellend, warum nicht? Eierfellend, könnte man auch mal entdecken. Ja, ne? Irgendwann sollten wir das auf jeden Fall tun. Da wäre ich auch dafür. Ich bin dafür, ich wäre dabei. Ja, wenn halt jeder mal Diamantkostung hätte und Diamantschwert. Oder überhaupt mal Diamanten. Ja. Das wäre dann auch schon mal was. Zorro, äh, wir brauchten eine kleine, kleine große Spende. Äh, Zorro hat ja selber ganz viele Diamanten verloren. Ach ja. Irgendwann wohl eingeloggt und dann waren Diamanten alle weg. So, zweiter Hundi, du bist ja hier. So, danke schön. Ja, das Boot kriegst du wieder. Ähm, ach so, hast du eh schon eingesammelt. Okay. Ich möchte jetzt nur meine Hundis mal hier ein bisschen züchten, damit ich, damit ich ja, damit der Verlust getilgt ist. Ja. Warum nicht? So, und danach müssen wir uns um ein paar andere Sachen kümmern. Komm, aufstehen, komm, aufstehen. Ja, aufstehen. Ja. 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 Oh, komm her, Hundis. Okay, ich mach auch den Weg nach Richtung Hause. Zu Hause. Okay, dein guter Fahrt, ne? Keine gute Reise, nur gute Sorry, Hundi. Oh, nein, ich hab ihn aber außerdem gehauen. Oh, wenn du ein kleiner Hund wählst. So, welchen eigener Hunde jetzt schon geht gar nicht. Nee, das war, das war nur so ein erzieherischer Klaps auf dem Hintern, damit er weiß, äh, wann er Sitz machen muss und wann nicht. Das kriegt der Kleine auch gleich, wenn er so weiter war, ey, Hundi. Der ist auch so einer, der ist auch so ein Wilder, okay. Dann laufe ich jetzt mal hier hoch und versuche, achso, ich wollte diesen Turm irgendwann eigentlich erstmal fertig machen. Ich glaube, das hat jetzt Priorität. Dazu muss ich dann nur... Äh, was mach ich? ...Holz zusammenkriegen. Okay, was wollte ich noch machen? Ach ja, ich wollte mich oben mein Haus und dann mal langsam meine Folge beenden. Stimmt, Folge beenden, das wäre auch eine angebrachte Sache, bei jetzt fast 40 Minuten. Ja, und... Wobei kann man ja wieder in zwei schneiden, das schnibbel ich dann einfach wieder irgendwie zurecht. Dann passt das schon. Ah, ich werde jetzt erstmal einen Weg zu diesem Würzhaus da oben basteln, dass wir da... Ja, zu der Taverna, damit man da besser hinkommt, dass das hier schön erreichbar ist auch. Da brauche ich dann nur eine Schaufel. Ganz viele Treppen. Ja, und ganz viele Treppen, genau, die brauchen wir auch noch. Und, äh, ich nehme mir nochmal ein bisschen Akazienholz mit hier, damit wir für alle Fälle gerüstet sind. So, also... Ja, Moment. Ja, ne, ich mache heute nicht, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich bin so fauling, was zu machen. Ja, ich habe... Ja, ich habe... Ich habe... Ich habe ein bisschen eis noch... Eis, oder? Ich habe... Und, ich habe... Und, noch mal, ich glaube, ich mache ich hier, 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 hier... Ja, ich glaube, ich könnte mal, ich könnte mir ja mal einen... Schaden, Tape... Grafen. Ja, und es geht auch. Wenn ichишьültere Grafen... Ach ja, klar, kannst du schon Grafen, du hast ja... Eigentlich... Diamanten... Mal schauen, wie man denn braucht. Ähm, du brauchst Bücher... werden die lager und ja genau wieder für die bücher und ja ein diamanten halt das schaue ich jetzt gerade mal was es gibt schon für pc eine 194 ok ja die war ist jetzt auch schon kürzlich rausgekommen bestimmt wir sind immer noch auf 192 aber das macht auch nichts ich glaube so wahnsinnig viel wurde da nicht verändert das sind glaube ich hauptsächlich backfixes ich vermute ich glaube nicht dass da jetzt so richtig 1 2 3 193 ist leistungsoptimierungen ok also backfixes verschiedene verbesserungen bei der ki ist ja schlecht das ja ist nicht so toll der befehl stop sound wurde hinzugefügt stop sound ja wenn man keine musiken haben möchte oder bier wer war es so ein bisschen toll wer will keine musik haben für mein so bald ist der wie ich angekommen nun das war noch weit genug technisch wir haben gleich jetzt ist es ich dort war gleich dauer und ja der vorwärts wichtigste manchmal die Orten machen das ich wünschte noch einen schönen folgenabschluss beim reichen auch weiter denke ich glaube ich passte hier noch ein bisschen rum und dann werde ich dann ja einfach die folgen gleich dann in zwei hälften schneiden etwa gleich groß natürlich die hälften weil sonst wären es ja keine hälften und oder vier vierte ja oder vier viertel das geht auch aber das wird dann um die über zehn minuten folgen ist ein bisschen maul das ist das geht nicht das können wir nicht machen das schaute keiner mehr an bei dir das schaute auch sonst schon keiner mehr an dann nicht so also da ist es schon entspannter glaube ich das sieht gut aus auch so geht runter perfekt ich kann auch ein boot ins wasser setzen dann habe ich wieder ein bisschen platz für andere sachen das wichtigere sachen macht es schon wieder dunkel das gibt es ja wohl nicht ja auch wenn es auch noch so ein untergang für mich das ende vom video ja das ende vom video sagt schon beinahe so schön das sieht sehr schön aus hier die sommer geht schon langsam unter wenn es unergangen ist sage ich glaube ich schau bis dann der gemütlichen fröhlichen nacht die dann so auf uns wartet das wird aber böse rache geben irgendwann okay und dann schau und bis zum nächsten mal macht's gut ja schießt schön mit feuer veränderung das ist unglaublich die hier anstellt schlimm so was brauche ich kann auch hier ein bisschen gröbelchen klatschen und dann passt das hier okay so müssen alles wegholzen da ist mein pfeil ich kann mein pfeil noch einsammeln ich sehe ihn im wasser liegen ein pfeil für mich ich weiß auch nicht ich glaube so langsam könnte ja auch beenden ich müsste nur noch einen weg hier hoch basteln ich weiß aber noch nicht wie ich den mache aus was aus welchem material so ein weg um zu der taverne lieber aus holz oder aus stein schwierige frage ich glaube holz wäre schöner ne ja stein ist immer dann irgendwie überall und holz ist eher das selten ja das stimmt dann nehme ich natürlich auch wieder das akazienholz was natürlich mega unauffällig ist komplett ich glaube das wird irgendwann noch mal ausgetauscht da weiß ich jetzt noch nicht ob das so bleibt da werde ich auf jeden fall auch mal ein bisschen erde dran klatschen damit das hier so ein bisschen er darf ich auch schon nicht mehr schön wunderbar das sieht doch gut aus so aber ich glaube es ist okay ich bin es dann glaube ich mal weg weiter mit jemand anderem was mach das ja ok hatte zivilisation ja kenne ich auch ja bin ich auch gerade aktiv im spielen ja das ist auch klingt doch gut dann ja halt strategie spiele ja das ist cool das klingt gut okay dann tschüss und ich glaube wir hören mal wieder von uns ja ich denke auch wir sehen uns dann irgendwie diese zeit und ich glaube dann kann ich jetzt auch meine folge beenden und dann ja verabschieden uns alle auf wiedersehen auf wiedersehen tschüss